Ok, Primary ist RENTU, ROCTU, RENTU, NOCTU ist Primary, Secondary ist PRETTI, Primary ist RENTU, Secondary PRETTI Und da bürgst du schon weg, ladet Long Range Ammo, bürgst ihn hinterher Bürgst ihn hinterher Bili, 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 Long Range Ammo, Long Range Ammo, bürgst ihn hinterher Schaut gut aus, ja Ja, Preps halt Probiert General, ne, sorry General, General ist Primary Macht Keep it Range auf das Primary, in eurer Optimal Range Nicht ordentlichen, Keep it Range General ist Primary, General ist Primary Macht Keep it Range, General ist Primary Overheat auf General ist, halt Schreibt's auf die Munnen, schreibt's auf die Munnen Secondary ist Isaloni, Secondary ist Isaloni Haut den General Ist das eurer Track nicht? Jetzt auf Isaloni, Isaloni Primary, Isaloni Primary Macht Keep it Range, ganz wichtig Martin Secondary Martin Secondary Geht auf Martin Verlieren wir schon? Halbsweiter Martin Primary, Martin Primary Keep it Range Guckt das ihr in eure Optimal kommt, aber macht Keep it Range Guckt das ihr die richtige Ammo für die Range geladen habt Manchmal seid ihr weiter weg, manchmal nicht dran Wechselt auf Johnny, wechselt auf Johnny Primary Primary Johnny, Primary Johnny Guckt mal gucken das ihr die richtige Munni drin habt Guckt mal gucken das ihr die richtige Munni drin habt Und geht auf Martin Long Range Ammo, Keep it Range, 20 Martin Long Range Ammo, Keep it Range, 20 auf Martin Wenn ihr nicht auf die Range kommt M-Media Es schießen immer noch welche auf Johnny Primary ist Martin Alle Schüsse auf Martin Nichts mehr auf Johnny Alles auf Martin Auch wenn der außer der Range ist Scheißegal Alles auf Martin Groen, alles auf dem Ok, ich hab Zufo gebrochen Alle Waffen aus, Zufo nicht aufgreifen Alle Waffen aus, Zufo nicht aufgreifen Alle Waffen aus, Zufo nicht aufgreifen Be Range auf Zufo gleich Be Range Zufo, Zufo nicht auf Zufo Und auf Mittelkrieg Und auf Mittelkrieg Kiegeloff in Mittelkrieg Kiegeloff in Mittelkrieg Ich dachte ja das ist safe Kia Kia Primary Kia Primary Meditation is too wide range Komm mal 4km Candy Was war's? 71km der Range Geh Rendo, wechs auf Rendo, wechs auf Rendo Wechs auf Rendo Wechs auf Rendo Geil Ich mag mit mir Ja, guter, ich weiß Raps auf die Raps auf Sarah Boah, ich kann gar nicht so schnell aufschleiden Wie hier reinknallen Die kriegen ja auch nicht aufschleiden Ja, das ist gut hier nichts Ich komm bald mal die Laufungsrunde Aber warum? Voll klar, voll klar, voll klar Voll klar, voll klar Ganz wichtig Wo ist denn den Klo? Ja Okay Primary gleich wird Argon treiben In der Ischta Eine Runde noch Also muss ich mir links aus dem Wurf gefallen Der ganze Links für die Aktion Geht jetzt natürlich Argon Argon Was ist das denn? Agadla Kann ich broadcasten? Doch geht Ach cool Also Primary Und zwar fliegen wir jetzt los Go 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 Argon Primary Argon Primary Argon Primary Lernst du dem hin gleich Haut deinen Teckel drauf Hach kaputt Argon Primary Argon Primary Secondary wird die ohne Nairos Nee, das ist nicht mehr Leben Hangover mit Secondary Hangover mit Secondary Hangover mit Secondary Wie sieht es mit unseren Logis aus? Ich glaub das irgendwie Ist gut Okay Hangover Primary Hangover Primary Hangover Primary Hangover Primary Hangover Primary Hangover Primary Hält der ja auch da Kalt der Broadcast Weiter Hangover Spread Tackle, nicht nur Hangover Tackle Tackle wie möglich 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 Primaries Hangover Was retten die denn so abartig? 2 und 1 Okay, Primaries Boris Primaries Boris In der 1 und Nairos Primaries Canty ist blind Canty geht auch gleich down Canty geht auch gleich down Canty 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 Halt die Pilbchen gelockt Halt die Pilbchen gelockt Halt die Pilbchen gelockt Haben wir noch Dämpf? Gut Weit tanken uns die Wixer Deercrest, Deercrest, Deercrest Deercrest Alle Akten sieben runter aus Alle Akten sieben runter aus Das bringt ans Fleet Gate Alle ans Fleet Gate Alle auf Null ans Fleet Gate Ich bin auch gescrammt Keine Panik Gnosis haben wir durchgekriegt, ne? Probieren wir da oben mal noch Was drauf ist Jacksever in der Gnosis Primary Ich bin auch noch nicht Ich bin dann die Guardian nochmal, ne ne ne, die Baitankings nach oben. Wir helfen nochmal in der Guardian, wir helfen nochmal in der Guardian, guckt dass ihr die Close-Range-Armour geladen habt. Macht einen Overheave auf die Guardian, Close-Range-Armour, Keep-At-Range, Keep-At-Range-Optimal-Range und Full-Damage auf die Guardian. Was ist das? Okay, jetzt gehen wir durch schon. Gut. Komm mal ein bisschen rein. Okay, die Aggressions. Wie die nicht getackelt sind, wirst du raus gehoben. Wenn ihr getackelt seid, wollt ihr noch MBD'n können, burnt weg. Nein. Einfach weg, dass ihr hier rauskommt. Aua, Aua. Die schießen alle. Ja, ne. Die Schweine. Wer hat denen das erlaubt? Ja. Und das sind ja viel mehr. Deine Luke ist eigentlich noch bei mir. Ja, ich bin bei dir. Ja. 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 Aber mit dem Zeitpunkt. Ja. Ja. Ja.